Hey, willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon Forbidden West und ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und jetzt sind wir bei dem Bosskampf hier. Hier reicht aber irgendwie Schaden. Oh, scheiße. Ah, warte mal, was kann ich hier machen? Ah, ich muss hier hin, okay. Also, wir müssen zu dem Turm, ne, hier. Warte, dann renne ich hier nochmal. So, ne Runde, dann daug ich den ja wohl ein bisschen weg und dann soll ich da hinkommen, glaub ich. Na, komm her. Jetzt schnell hier rüber. Komm, komm, komm. Ach, scheiße, das steht jetzt so nah. Okay. Warte, ich hole mal die vielleicht raus, also den Bogen hier, wo es eigentlich eh egal ist, weil ich kann eh nix gegen die machen. Oh, oder? Kann ich hier irgendwie was machen? Bringt das irgendwie was? Na, der hält das alles irgendwie aus. Komm, jetzt ganz schnell nach hinten. Nein, 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 nein. Das ist unnötig. Ach du Scheiße. Okay, warte, warte, da muss ich drauf fließen, wie das ist. Das sind keine Trainingswaffen. Na los. Warte, beim Ziel, okay. Ach so, das. Ja, aber ich muss da, ich muss die da oben wegschießen, ne, diese Teile. Oder nicht? Bereit, kleine Maus? Ich muss die Koppelung zerstören und den Prozessor runterholen. Äh. Ja, schließe, äh, schließe die Armkopplung, Armkopplung in der Einziger Spinnen ab. Ich sehe das da oben. Ach so, warte, jetzt leuchten die so. Lass das sehen. Okay, das passt schon. Scheiße. Okay, bin ich nicht getroffen, das ist gut. Dann haben wir hier oben eine. Waren das alle? Irgendwo ist wahrscheinlich noch was, oder? Okay, wie kann ich die Kabel lösen? Was ist denn hier überhaupt? Was soll ich denn jetzt machen, bitte? Ja, scheiße. Ich weiß ja nicht genau, was ich jetzt tun soll. Oder warte ich auf der Seite irgendwas? Warte mal, haben wir noch nicht alle Koppelungen? Anscheinend nicht, oder? Aber wo ist denn da bitte noch was? Warte mal hier oben. Wir haben doch alles, oder nicht? Ich muss die Koppelungen zerstören und den Prozessor runterholen. Okay, jetzt check ich auch irgendwie nicht, wo ist denn da noch was? Oder warte mal, da ist eh nix. Ich kapiere das nicht, ich sehe hier irgendwie nix mehr. Wir haben doch alle, oder nicht? Oder warte mal, die Teile da. Alter, schon wieder, Mann. Okay, mit dem Datenspeicher oder so. Ja, alte Klammer. Ich verstehe irgendwie nicht, wo ist da bitte noch was? Warte mal, da oben. Boah, das war knapp. Ey, wo sind da bitte noch Koppelungen? Das gibt's ja nicht. Oder warte mal, irgendwo weiter oben. Ist das alles nicht wahnsinnig aufregend? Ey, bin ich echt so behindert und sehe das nicht, oder? Warte mal. Ja, die Map bringt mir auch nicht wirklich was. Ja, diese Armkopplungen, aber wir haben doch alle, oder nicht? Verstehe ich nicht, was ich jetzt tun will. Kann ich hier nichts machen? Auch nicht. Ach, verpiss dich doch, Mann. Okay, ich heim mich erst mal. Ja, wo ist da bitte? Was ist das? Ich sehe nichts mehr. Und ganz oben, da ist auch nix mehr. Ich check das irgendwie nicht. Ich muss auf die Koppelung ziehen. Die Kabel lösen. Dank dir. Oder so öfter drauf schießen. Ah, ich bin so ein Idiot. Einfach bis die runterfallen. Und ich hab gedacht, da ist noch irgendwas anderes. Ich dachte, das passt schon so, weil... Ja, die leuchten dann so raus. Quatsch, jetzt brauch ich nochmal Pfeile. 24 Stück sollte reichen. Okay, das hab ich echt gar nicht gedacht, irgendwie. Okay, warte mal dann. Auf der anderen Seite wahrscheinlich noch. Hier oben. Ach, hier. Alter, der fackt mich ab. Alter, lass mich doch mal in Ruhe, Mann. Warte, dann da oben noch. Dann dort noch. Ist das nicht. Warst du schon? Ich glaub, ach man. Ich glaub, das war's in mir, oder? Ah, da ist noch was. Okay, das war's. Das Ding zu zerstören bringt nichts, ey, leu. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Was können wir jetzt? Was muss ich jetzt machen? Wir haben doch schon alle Armkopplungen runtergeschossen, oder nicht? Alter, der fackt so ab. Alter, der fackt so ab. Wir haben doch alles, oder nicht? Alter, ich kann nicht mal schauen, weil der mich die ganze Zeit angreift, Mann. Warte, hinten vielleicht noch. Warte mal, warte mal dort. Jetzt treffe ich's wieder nicht. Alter, das gibt's doch nicht, Mann. Lass mich doch einmal in Ruhe. Warte, hier diese Teile. Oh, scheiße, hier, Mann. Okay, irgendwas oben, aber... Da ist auch nix. Das gibt's doch nicht. Warte mal, da ist. Alter, das gibt's doch nicht, Mann. Okay, hol mal hier schon die Tränke raus. Ich verstehe, was ich jetzt machen soll. Ah, dort, oder? Glaub ich. Da hab' ich was gesehen. Alter. Kann ich sich mal irgendwie einfrieren, oder? Ist auch nicht egal. Jetzt gibt's ja auch gar nix. Scheiße, Mann. Jetzt bin ich gleich tun, ich hab' keine Ahnung, was ich tun soll. Dann hatte ich auch mal Glück, ich hab' die andere Pfeile raus. Ich verstehe ich's nicht, wo ich draufschießen soll. Alter. Wir sind ein tolles Team, nicht wahr? Alter. Ey, das ist... Ich versteh's nicht, oder? Das muss doch hier das sein, oder? Alter, lass mich doch einmal in Ruhe, bitte. Das gibt es ja nicht. Okay, einen Trank hab' ich noch. Ey, wohin muss ich bitte draufschießen, Mann? Warum ist das auch nicht irgendwie markiert? Das muss ich auch selber irgendwie finden, oder nicht? Aber ich checke nicht, wo ich draufschießen muss. Oder warte mal hier vielleicht. Das leuchtet also so komisch, aber... Draufschießen kann ich auch nicht wirklich. Warte, einfach auf die Teile hier, oder was? Ich meine, das wird doch von da gehalten, oder nicht? Jetzt hab' ich wieder keine Pfeile mehr. Jetzt bin ich tot, oder? Geil. Alter, wo muss ich denn draufschießen? Ich versteh's nicht, Mann. Ich renne da fünf Stunden herum und ich hab' keine Ahnung, wo ich draufschießen muss. Ich meine, bei diesen anderen Zeilen, das hat man ja noch halbwegs gesehen, weil das halt so gut geleuchtet hat, aber... Jetzt, ich meine, da gibt's diese Seile da, oder was ist es? Wo das gehalten wird, aber... Da kann ich, glaube ich, auch nicht draufschießen. Da kann ich die Koppelung zerstören. Dann können wir nochmal... Warte, jetzt muss ich wieder zu der Konsole hier. Na, warte, jetzt hier drüben ist das. Vielleicht den erstmal wieder weglocken. Komm, renn, 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 renn. Alter. Schwierend. Jetzt kann ich da wieder draufschießen. Der wird doch kaputt, bitte. Das sind ja die Falschen. Versunken. Alter. Versunken. Okay, da muss ich entscheiden, jetzt nicht draufschießen. Dann vorne, glaube ich, noch irgendwo. Was da so unten? Oder warte, meine, die Teile vielleicht noch? Ein bisschen leuchten, das sehe ich wieder. Jetzt dann, glaube ich, noch auf der Seite, das hier, oder? Irgendwo. Alter, verpiss dich, man. Was ist denn noch das hier? Das Ding zu zerstören bringt nichts, ey, Loll. Nein. Jetzt habe ich es, glaube ich, gesehen. Das war doch eh das da oben, wo ich vorhin mal drauf geschossen habe, aber... Ja, das ist hundertprozentig das. Warte mal, dann hole ich mal die raus und... Was ist denn noch vorne? Was ist denn noch vorne? Ah, okay. Also das war ja die Briesche von vorhin schon richtig. Da war ich noch vorn, oder? Jetzt hier unten. Jetzt auf der Seite noch. Und das war's, oder? So, na warte mal. Jetzt haben wir's. Was sollte das? Dass ich töte, was du tot haben wolltest? Was denkst du dir bloß? Die Plattform ist eingestürzt und die Leiche mit ihr. Okay. Und seit wann kriegst du nicht mehr, was du willst? Phantome suchen. Okay, war ja eigentlich wie ganz einfach. Dann können wir hier schnell runter. Ich glaube, diese Teile suchen wir nach uns, oder? Warte mal taufen, wie geht das nochmal? Okay, warte mal. Kann ich doch mal runtertauchen, das hab ich mich schon wieder vergessen. Nein, die Dicks. Komm dann schnell nach vorne. Ich hoffe, man schafft das hier durch. Ah, das wird schon wieder knapp. Oh, scheiße. Bitte langsam nach oben. Komm schon nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Okay, war sehr knapp. Och, scheiße, was? Ah, so eine Scheiße. Komm runter. Also mit der X hab ich ja vorhin gesagt, mit der Quadrat-Taste meine ich. Kann man runtertauchen. Okay, warte mal. Nochmal kurz Luft holen, wie sie sagen. Und dann schnell runter. Warte, was ist denn hier? Okay, das ist gut. Da kann ich auftauchen, ohne dass ich gesehen werde. Okay, aber wo muss ich jetzt bitte genau hin? Ich meine, ich kann ja nicht lange erhoben, weil dann... ...werde ich direkt wieder angegriffen. Oder ist hier irgendwo was? Na, ich glaub nicht. Okay, dann nochmal schnell nach oben. Boah, was ist es mich trotzdem? Das wird ja sehr glücklich gestanden. Vier Meter muss hier unter Wasser sein, oder so. Damit er mich nicht mehr sieht. Komm schon mal runter. Ja, wo soll ich hin, bitte? Einfach hier weiter, oder was? Kann ich... Komm hier durch? Natürlich nicht. Okay, warte mal. Ich muss doch... Ich bleibe lieber unentdeckt. Muss ich nicht, äh... Einfach da nach oben, wo die sind. Aber warte mal da. Komme ich da durch? Ah, die ist auf, okay. Warte, nochmal kurz Luft holen. Ich bin hier unter dieser Plattform da. Und jetzt schnell hier durch. Komm schon. Und nach oben, nach oben, nach oben. Boah, ist immer sehr knapp mit dem Sauerstoff irgendwie. Okay, dann... Wahrscheinlich da durch. Bei dieser Lüftungsschacht, oder was ist es? Der saufen. Oh, scheiße. Achso, warte mal. Jetzt bin ich ja... Jetzt bin ich doch wieder hier, oder nicht? Ah, das ist was anderes hier. Komm hier nach oben, ohne dass du mir sehen. Alles gut. Warte doch, ich bin... Ja, ich bin ja genau da, wo ich vorhin war, oder nicht? Obwohl... Na, das ist was... Ja, das ist was anderes hier. Stimmt. Okay, dann kann ich jetzt... Achso, nein. Da komme ich jetzt... Stimmt, ich kann diesen Haken jetzt gar nicht benutzen, oder was? Ich habe gedacht, ich kann das wieder wegziehen, du. Okay, dann brauche ich irgendeinen anderen Weg. Okay, ah, die sehen mich, die sehen mich. Oh, scheiße. Warte, da komme ich nicht durch. Ach, shit. Kann ich da rein? Ich glaube, ich bin tot, oder? Warte auch nicht. Okay, aber wie komme ich da durch? Also, wo muss ich überhaupt genau hin? Warte mal, da hinten, da ist ja so ein Lüftungsschacht, oder so. Okay, ich glaube, ich sehe mich, glaube ich, zwar, aber der greift gar nicht an. Dann stehe ich wieder rein hier. Ich glaube, da hinten sehe ich irgendwas links oben, oder? Obwohl, da rennt doch nur dieses Wasser rein, eigentlich. Ach, da komme ich nicht weiter. Okay, schnell nach oben. Also, ich glaube, wahrscheinlich ist hier irgendwas. Und da komme ich nicht weiter. Kann ich irgendwie das aufmachen, oder so? Ah, da ist doch offen, oder nicht? Also, ich habe mich nicht gesehen, irgendwie. Okay, sollte, glaube ich, nach oben. Ja, schon, ich bin fast abgesoffen. Dann geht's runter. Und dann, warte mal, wir waren da oben, oder? Oder bin ich von da jetzt gekommen? Ach so, nein, wir müssen da oben. Dann erstmal hier auf die Leiter drauf. Und dann darüber. Und dann darüber. Okay, und dann, warte ich glaube, ich stehe noch ganz gut die Pfeile hier. Dann stelle ich hier noch was her, und hier fallen. Dann hier noch welche. Ich glaube, da sind wir voll. Dann würde ich hier noch was herstellen. Dann wäre es mir hier bei diesem Feuerpfeilen. Okay, sind ja eh nicht wieder diese Zeile. Okay, ich sehe auch nichts. Wir müssen aber nur da nach hinten, oder was? Aber warte mal, ist das irgendwie eine Falle, oder so? Irgendwie ein bisschen dann raus. Okay, da brauchen wir wahrscheinlich die Brandpfeile, schätze ich mal. Okay, das sind doch keine Fallen. Die sehen irgendwie so komisch aus. Okay, warte mal, oder wie hat man das nochmal gemacht? Dieses Entzünden hier. Ach, scheiße, jetzt weiß ich das wieder gar nicht mehr. Werden das bitte nochmal funktioniert? Warte, was ist hier oben? Mutstoß, kritisch, äh, kritisch Stärkung. Ah, cool. Mit dem Buff oder so. Warte mal, ach so. Einfach so. Stimmt, mit diesem Speer kann man das entzünden. Hm. Perfekt. Oh, das ist einfach. Oh. 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 Ah! Let's go! Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich... ich muss... Hey, hey, langsam. Immer langsam. Hey, 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 hey. Alles da. Ja. So wie du ihn vorhin umklammert hast, muss er wichtig sein. Wo sind wir? Ein Außenposten des Utaru-Stammes. Nicht weit von deinem Sturz. Wie lang? Zwei Tage. Aloy? Wir haben keine Zeit. Ich hab was gefunden. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ja. Das hast du unterwegs gemurmelt. Aloy, was auch immer du da gefunden hast, du kannst jetzt nicht... Deines sein muss, kriech ich. Okay, gut. Aber vorher musst du mit jemandem reden. Mit deiner Utaru-So. Sie hat von Ärger in den Bergen gesprochen. Von einer Höhle aus der Maschinen kommen. Das kann kein Zufall sein. Warum brauchen wir sie? Gehen wir zur Höhle. Sie liegt im Gebiet der Utaru. In ihrem Gebiet. Sie kann uns helfen. Glaubt mir. Gut. Dann auf zur fabelhaften So. Grüne Gliedmaßen welken, Wurzeln faulen im Schnee. Doch der Samen wird wachsen, so sicher wie Stein. So. Sie sollte im Bett sein. Aloy lässt sich nicht sagen. Du bist also so. Bal meint, wir sollten reden. Über die Maschinen. In den Bergen best nicht von Reinklam. Ich bin Grabessinger. Mein Platz ist hier. Erhol dich erst mal. Was hat es denn? Sie heißt Reh. Nicht es. Eine unserer Landgöttinnen. Und sie stirbt. Doch nicht nur das. Sie leidet. Ihr Zustand geht dich nichts an. So. Wenn jemand helfen kann, dann Aloy. Darf ich? Was ich vorhabe, sieht schmerzhaft aus. Wird dir aber helfen. Speer. Ich weiß nicht. Wir müssen uns doch unterhalten Also gut Hier entlang Aber gut Leute, ich würde dir nur sagen Das war's jetzt hier mit der Folge Ich hoffe es gefallen, bis zum nächsten Mal Und tschüss Bis zum nächsten Mal